Gestern war Sonntag, es hat geregnet und ich hatte etwas Zeit. Also habe ich mal was für dich ausprobiert. Hier ist wie immer Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. Und zwar ist hier der echte Ralf Bohlmann. Ob ich es wirklich bin oder nicht, das wirst du in Zukunft kaum noch unterscheiden können. Warum? Weil man heute mithilfe einfacher Programme auf der Basis von sogenannter künstlicher Intelligenz, also KI oder englisch AI für Artificial Intelligence, Stimmen, Bilder und Videos klonen kann. Habe ich gestern gemacht. War ziemlich einfach. Und du kannst heute ChatGPT nach der Meinung von Ralf Bohlmann zu einem gesundheitlichen Thema fragen. Und du bekommst unter Umständen eine Antwort, die ganz und gar nicht meine Antwort wäre. Folgende wahre Geschichte. Ich habe letzte Woche im Internet nach einem Speedbike gesucht. Das ist so ein Fahrrad fürs Wohnzimmer. Aber nicht so ein gemütlicher Home-Trainer-Fahrrad-Ergometer für alte Leute, sondern ein ernsthaftes Trainingsgerät, wie es auch Radsportler, Triathleten usw. bei schlechtem Wetter verwenden. So etwas wie ein Spinningbike, das man aus dem Fitnessstudio kennt. So ähnlich wie ein Peloton-Bike. Nur ohne diesen riesen Bildschirm. Den brauche ich nicht. Ich habe bei YouTube gesucht und habe eine Menge Videos mit Titeln wie die Top 5 Speedbikes im Jahr 2023 oder die Top 10 Alternativen zum teuren Peloton-Bike gefunden. Mir ist aufgefallen, dass viele dieser Videos mit Hilfe von KI erzeugt wurden. Da hat niemand diese Bikes wirklich in die Hand genommen, getestet und verglichen. Da wurden einfach Werbevideos von Herstellern zusammengeschnippelt und Texte aus einer Broschüre von einer Computerstimme vorgelesen. Das Ganze wird aufgemacht wie ein Test und am Ende kann man über einen Link im Video das Bike bestellen. Wenn jemand über so einen Link bestellt, dann bekommt derjenige, der das Video veröffentlicht hat, eine Provision. Und diese Videos werden ruckzuck an einem Schreibtisch erstellt. Von Leuten, die noch nie auf einem Speedbike gesessen haben und im Zweifel noch nicht einmal Deutsch oder Englisch sprechen. Das Ganze ist ein Geschäftsmodell. Ich habe tatsächlich ein Speedbike gekauft. In einem Fachgeschäft, nachdem ich es ausprobiert habe. Aber natürlich habe ich mich vorher im Internet gründlich informiert. In Videos, in denen echte Menschen die Dinger wirklich vorgestellt, verglichen und getestet haben. Das Ganze mit den KI-generierten Videos hat mich zum Nachdenken gebracht. Was kann ich eigentlich heute mit KI schon tun in Bezug auf die beste Version von mir? Taugt KI als Informationsquelle? Kann ich ChatGPT zu gesundheitlichen Themen befragen und bekomme ich da sinnvolle Antworten? Die Antwort lautet, zum Teil. Ich benutze ChatGPT schon seit einiger Zeit zum Beispiel, um Zusammenfassungen von Büchern zu bekommen. So kann ich ChatGPT und eine Zusammenfassung des Buches Das Ende des Alterns von David A. Sinclair bitten. Und ich bekomme eine sinnvolle kurze Zusammenfassung. Oder ich kann nach den Kernthesen von Dr. Ulrich Strunz fragen und ich bekomme eine sinnvolle Antwort. ChatGPT kann im Internet nach einer bereits verfassten Zusammenfassung suchen. Und die in Teilen wiedergeben. Wenn du aber eine offene Frage stellst, wie sieht eine gesunde Ernährung aus? Dann wirst du eine Antwort bekommen, die den Querschnitt oder Durchschnitt der Meinungen repräsentiert, die so im Internet kursieren. Du bekommst eine Mainstream-Antwort. Ob diese Antwort richtig oder falsch ist, das weißt du nicht. Ich habe das mal ausprobiert. Ich habe nach Vitamin D, Cholesterin oder Kohlenhydraten gefragt. Und die Antworten waren genau die, die seit Jahrzehnten so erzählt werden. Vitamin D wirst du wohl nicht brauchen, wenn du viel an der frischen Luft bist und hin und wieder Lachs isst. Wegen Cholesterin besser Butter meiden und viele Vollkornprodukte wären auch gut. Ich sehe das nicht so. Und viele moderne Wissenschaftler sehen das auch nicht so. Aber das ist halt immer noch die veraltete Mainstream-Meinung. ChatGPT und Co. werden dir das als Antwort geben, was sie glauben, als gängige Meinung im World Wide Web gefunden zu haben. ChatGPT Plus kann auch Texte lesen. Ich habe die KI gebeten, mein Buch erschaffe die beste Version von dir zu lesen. Ich habe das Buch als PDF hochgeladen, komplett. Und dann habe ich um eine Zusammenfassung gebeten. Und das war ChatGPT 3.5, aber zu mühsam. Was mir angeboten wurde, war eine recht kurze Zusammenfassung inklusive einer Vorstellung des Autors, also von mir. Die Antwort konnte man sich durchaus ansehen. Dann habe ich folgende Frage gestellt. Wie sieht denn laut dem Buch eine gesunde Ernährung aus? In der Antwort war dann von empfehlenswerten Vollkornprodukten und dem Vermeiden von gesättigten Fetten die Rede. Da bin ich etwas stutzig geworden. Ich empfehle in dem Buch nicht, gesättigte Fette zu vermeiden. Und ich empfehle auch nicht explizit Vollkornprodukte. Also habe ich nachgefragt. Steht im Buch tatsächlich etwas zum Thema gesättigte Fette oder hast du dir das selbst ausgedacht? War meine Frage an ChatGPT. Und ChatGPT hat folgendermaßen geantwortet. Ich entschuldige mich für das Missverständnis. Um genau zu überprüfen, ob das Thema gesättigte Fette im Buch erschaffe die beste Version von dir behandelt wird, müsste ich den Text erneut überprüfen. Lassen Sie mich bitte kurz nachsehen. Aha. Und dann? In dem mir vorliegende Teil des Buches Erschaffe die beste Version von dir von Ralf Bohlmann, wird das Thema gesättigte Fette nicht spezifisch erwähnt. Meine frühere Antwort basierte auf allgemeinen Prinzipien einer gesunden Ernährung, die in der Literatur häufig diskutiert werden und nicht auf spezifischen Inhalten ihres Buches. Aha, so sieht's aus. Zu Deutsch? ChatGPT hat sich die Antwort ausgedacht. Auf der Basis von häufig genannten Empfehlungen im Internet. Internet. Mainstream. Das, was der Hausarzt sagen würde. Das, was der Nachbar auch schon mal gehört hat. KI weiß selbst gar nichts. KI sieht nach, was geschrieben steht. Irgendwo. Und bietet seine Meinung an. Quasi den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das, was die meisten sagen. Nicht unbedingt das, was die Besten sagen. Was KI, was ChatGPT aber kann, das ist gründlich suchen und schnell finden. Du musst aber schon ziemlich genau sagen, was du willst. Wenn du nach der vorherrschenden Meinung zu einem Thema suchst, ChatGPT wird sie finden. Wenn du Texte durchsuchen oder zusammenfassen möchtest, ChatGPT wird das für dich tun. Sei dir aber immer darüber im Klaren, dass ChatGPT nicht wirklich zwischen richtig und falsch unterscheiden kann. Okay, und dann noch was. Ich überlege schon lange, meinen Podcast als YouTube-Video aufzunehmen und bei YouTube zu veröffentlichen. Die Podcasts kannst du dir dort auch heute schon anhören. Aber was du siehst, das ist nur das Coverbild des Podcasts und so ein Audio-Zickzack. Das wird automatisch von meiner Podcast-Software erstellt, erzeugt und hochgeladen. Um daraus ein echtes Video zu machen, müsste ich erst das Skript schreiben, was ich auch heute schon tue, und es dann in eine Kamera sprechen, anstatt nur in einem Mikrofon. Ich brauche also so etwas wie ein Studio mit Hintergrund und Beleuchtung. Und da ich nicht frei spreche, sondern mich an das Skript halte, müsste ich von einem Teleprompter ablesen. Und dann müsste ich das Ganze schneiden, mit Titel und Abspann versehen, optimieren, hochladen. Alles um ein Vielfaches aufwendiger als einfach nur Podcast. Jetzt habe ich gesehen, dass es inzwischen KI-Tools gibt, die einem das abnehmen. Ich habe gestern innerhalb von drei Stunden einen künstlichen Avatar von mir erstellt. Der kann jetzt für mich meinen Podcast quasi vorlesen. Ich habe ein echtes Video von mir hochgeladen mit meiner Originalstimme. Und der Avatar sieht aus wie ich und mein Podcast synchronisiert die Bewegung und Lippenbewegung des Avatars. Sieht etwas komisch aus, als hätte ich ein leichtes Tourette-Syndrom. Aber es ist krass, was heute mit KI möglich ist. In drei Stunden. Mit einer Software, die mich für diesen Test 29 Dollar gekostet hat. Hast du Lust, dir das mal anzuschauen? Gib mal bei YouTube Ralf Bohlmann ein. Da findest du die letzte Folge des Podcasts, dieses Podcasts im Original und in einer künstlich generierten Video-Version mit meinem Avatar. Mit AI Ralf sozusagen. Schreib mir gern, was du davon hältst. Ich habe das heute noch etwas weitergetrieben. Ich habe gar nichts mehr eingesprochen. Ich habe nur einen Text geschrieben und den von meinem Avatar mit meiner geklonten Stimme sprechen lassen. Der Avatar kann sogar jede beliebige Sprache sprechen. Und natürlich jeden beliebigen Text. So was kann man natürlich auch missbrauchen. Wenn ich ein Video und eine Stimmaufnahme von jemandem habe, dann kann ich dieser Person in einem Fake-Video jede beliebige Aussage in den Mund legen. Mit einer Software für wenige Euros. Und selbst ich als Laie kriege das in wenigen Stunden auf die Reihe. Und dazu habe ich auch ein kurzes Beispiel-Video bei YouTube hinterlassen. Vorgetragen von AI Ralf, meinem künstlichen Avatar. Unabhängig davon. Was mich interessieren würde ist, würdest du mich gerne mit meinen Inhalten bei YouTube sehen? Magst du mir dazu deine Meinung schreiben an ralf-at-barefoot-way.de? Ich bin gespannt. Ich darf auch in diesem Jahr Koro als Partner dieses Podcasts präsentieren. Koro ist mein Versender für haltbare Lebensmittel. Für Samen, Nüsse, Mehle, Trockenfrüchte, Kaffee, für Snacks und für so manchen Küchenhelfer inzwischen auch. Koro steht für Qualität, in der Regel Bio, auch wenn es nicht immer drauf steht. Und Koro kauft direkt beim Erzeuger, umgeht den Zwischenhandel und hält so die Preise niedrig. www.korodrogerie.de Der Rabattcode lautet RALF, R-A-L-F, für 5% auf deinen Einkauf. Vielen Dank. Soweit für heute. Wir hören uns. Schau gern mal auf YouTube die beiden Videos mit AI Ralf an. Einfach Ralf Bohlmann ins Suchfeld bei YouTube eingeben. Wir hören uns. Bis bald. Dein Ralf Bohlmann.